Also, der Herr Jule hat es gerade schon vorweggenommen, den Titel der diesjährigen Gesprächsrunde KI-Blockchain-Autonomes Fahren. Wir wagen uns da ein bisschen weiter vor als die Themen, wie wir sonst aufgegriffen haben. Man kann es kaum anders deuten. Es gibt offensichtlich eine ziemliche Neugier, was diese Bereiche angibt im Transport- und Logistiksektor. Unsere Leserschaft kommt größtenteils aus dem Transport- und Logistiksektor. Deswegen gehen wir, was die Technologie betrifft, jetzt nicht massiv ins Datei. Da sind wir einfach der falsche Platz für. Wir versuchen, Leserfragen aufzugreifen. Deswegen haben wir uns für diese großen drei Themen entschieden. Ich danke Ihnen allen dafür, dass Sie erst einmal hier sind, dass Sie mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und ich würde gerne direkt die Gesprächsrunde eröffnen. Und wir starten mit künstlicher Intelligenz als erstes Teilthema. Nicht umsonst, weil es im Wesentlichen die Basis für viele andere Technologien ist. Aber man kennt das ja aus dem Alltag. Es erscheint zunehmend schwieriger, natürliche Intelligenz schon zu erkennen und zu identifizieren. Da ist das bei künstlicher Intelligenz nicht anders. Herr Dassilber, vielleicht können Sie uns mal auf die Sprünge helfen. Ab wann sprechen wir eigentlich von künstlicher Intelligenz? Also künstliche Intelligenz ist für uns in unserem Sprachgebrauch dann gegeben, wenn eine Maschine, einen Rechner selbstständig eigene Entscheidungen treffen kann und das bestens im voraus. Das ist für mich künstliche Intelligenz. Und das ist das auch, was wir verkörpern in unserer Entwicklung. Und da muss man ganz klar unterscheiden, wie Sie es schon eben angesprochen haben, was ist tatsächlich künstliche Intelligenz oder was ist analog in dem Sinne, dass man Sachen abarbeitet und keine Mustererkennung macht, sondern dass man das einfach abarbeitet. Und da ist natürlich auch die Situation, wenn man heute googelt und man gibt mal ein, was ist künstliche Intelligenz, gibt das unheimlich viele unterschiedliche Meinungen dazu und wir stehen halt zu der Meinung, künstliche Intelligenz muss so sein, dass eine Entscheidung getroffen wird durch eine Maschine, die ähnlich ist, was ein Mensch mal früher gemacht hat oder was er heute noch macht. Und das wird einem abgenommen und das sollte sinnvoll sein. Das ist für mich künstliche Intelligenz. Das heißt, wir sprechen nicht von diesem klassischen If-This-Then-That-Mechanismus, der ausgelöst wird, sondern tatsächlich, dass eine Maschine in der Lage ist, eine Situation halbwegs zu beurteilen und selbstständig einen Lösungsweg da zu finden. Ganz genau. Darum geht es. Jetzt haben wir in den Fragen, die uns zugeteilt wurden, im Wesentlichen bei dem Bereich drei Begrifflichkeiten immer durcheinander geworfen bekommen. Das ist die künstliche Intelligenz natürlich, das ist Machine Learning und Deep Learning. Das wurde teilweise auf eine Stufe gestellt, das wurde teilweise komplett auseinandergenommen. Das gehört in gewisser Weise auf jeden Fall zusammen, aber vielleicht können Sie da mal kurz erklären, wie es sich damit verhält. Die Basis ist natürlich ein Rechnersystem und KI ist eigentlich erst da entstanden, dadurch, dass die entsprechenden Prozessoren, die Leistungen der Rechner natürlich größer geworden sind. Das ist, glaube ich, auch allgemein bekannt und dadurch konnte man diese Technologien so weit voranbringen, dass ich Unmengen von Daten zusammenbringe. Deep Learning, das heißt, ich kriege immer mehr Daten zusammen, ich kann aus diesen Datenanalysen fahren. Diese Analysen werden gesammelt, werden dann in einen entsprechenden Algorithmus reingepackt und dadurch wirft das ganze System ja eine entsprechende Formation aus und die kann ich nutzen. Das heißt, wenn Sie diese Thematiken darstellen, sind das alles miteinander verknüpfte Themen und die kann man nicht auf eine Ebene stellen, sondern sie müssen alle einzeln betrachtet werden. Denn eine Datenempfang oder eine Datensammlung muss natürlich auch in eine Datenbank und die muss natürlich so sein, dass Sie sehr schnell zugreifen können. Also brauchen Sie da auch entsprechende Rechner dazu. Also das sind alles miteinander verflochtene Themen, die einzeln behandelt werden müssen, aber in der Gänze und in der Gesamtheit gibt es natürlich dann diese KI-Thematik und die muss man dann wieder einsetzen in die einzelnen Positionen, wo wir KI dann sinnvoll einsetzen werden. Ob das in der Maschine ist oder ob es in einer Software ist, die dann entsprechend Telematik betrifft, alles das wird heute damit verwirklicht werden. Ja, Herr Dr. Scheel, der KI wird, ich meine, man merkt es ja auf allen möglichen Plattformen, das ist immer wieder ein Thema, teilweise auch ein Sorge-Thema. Es hat ein enormes Potenzial, zumindest wird ihm das immer zugeschrieben. Wie sieht es aus im Automobilsektor? Gibt es da konkrete Mehrwerte, die durch KI entstehen können? Ja, natürlich. Wie ich überhaupt finde, dass es ganz wichtig ist, diese Diskussion um Künstliche Intelligenz, der Begriff klingt ja so ein bisschen bedrohlich für einige, positiv geführt wird. Manchmal hören wir, verlieren wir Arbeitsplätze durch Künstliche Intelligenz, verlieren wir die Autonomie als Menschen durch Künstliche Intelligenz, werden uns unsere Entscheidungsspielräume abgenommen durch Künstliche Intelligenz. Ich glaube, das sind alles Fragen, über die wir gerade auch im Verkehrssektor, Stichwort autonomes Fahren, sehr sorgfältig diskutieren müssen, die Ängste der Gesellschaft auch ernst nehmen müssen, aber am Ende des Tages kommt es auf die Chancen an. Und ich glaube, das können wir auch, gerade auch auf dieser IAA, an vielen Ständen, bei vielen Ausstellern sehr, sehr, sehr schön sehen. Wenn wir von zunehmend automatisierten und in der Perspektive auch von autonomen Fahren sprechen, dann sind das Fähigkeiten von Transporten, von Transportgeräten, die nur durch Künstliche Intelligenz überhaupt möglich sein werden. Wenn wir überlegen, wie Menschen in Zukunft in wesentlich komplexeren Logistikketten Entscheidungen treffen können, dann können wir die Effizienzpotenziale nur erheben, wenn wir Künstliche Intelligenz dafür nutzen, dass sie uns die Vielzahl an Daten, die wir bekommen durch die Sensorik, durch die Vernetzung der Fahrzeuge, durch die Vernetzung des Transportguts so aufzubereiten, dass am Ende des Tages ein Disponent, ein Fahrer, ein Unternehmer die Entscheidungen treffen kann, die vor dem Hintergrund seines unternehmerischen Ziels auf Basis der Vorbereitung, die Künstliche Intelligenz für ihn möglich macht, dann auch sinnvoll getroffen werden können. Insofern sehen wir in der Künstlichen Intelligenz gerade auch für die Logistik, für den Transport, für den Verkehr immense Effizienzpotenziale und auch immense Potenziale, dass Arbeit einfach Spaß macht. Da haben Sie direkt schon eine Folgefrage vorweggenommen, die ich direkt danach gestellt hätte, wie es mit dem Transportbereich aussieht, ob es da nochmal Anwendungsfälle gibt für die KI oder ob es da konkrete Vorteile gibt. Das heißt, Sie sehen das dann auch eher so, dass die KI vielleicht eine Vorentscheidung trifft, Arbeitsschritte erspart für den Disponenten, den nicht gänzlich ersetzt. Okay, ich meine, dafür sind wir eh noch weit entfernt, dass die KI tatsächlich komplett übernehmen kann. Das ist dasselbe wie beim autonomen Fahren. Aber dazu später. Zunächst hilft die, Entschuldigung, wenn ich da kurz einhacke. Gerne. Um das Verständnis auch klar zu machen. Zunächst hilft KI, mit Datenmengen umzugehen, die wir bisher in diesem Umfang gar nicht kannten. Bisher war der Container ein dummer Container, der stand rum. Und keiner weiß genau, ob er da ist. Es soll auch Unternehmen geben, die haben Lokomotiven und keiner weiß genau, wo die sind. In Zukunft werden wir wissen, wo alles ist. Der Container, die Lokomotive, das Fahrzeug, das Paket. Ist die KI vielleicht auch ein bisschen aus dem ganzen Datenmeer geboren? Also wir hatten ja diesen, wir werden ja mittlerweile von Daten erdrückt, also so viele Daten, wie wir sammeln können über einzelne Prozesse, dass es einem Menschenmöglich gar nicht mehr ist, diese auszuwerten. Und dass deswegen auch man überlegt hat, okay, wie können wir das automatisieren? Gibt es da Möglichkeiten, dass eine Maschine uns diese Auswertung der Daten erst einmal abnimmt und vielleicht selber schon Entscheidungen geben kann auf Basis, denen man das anvertrauen kann? Herr Dassilva, können Sie das nachvollziehen und haben Sie vielleicht noch konkrete Anwendungsbeispiele? Das ist tatsächlich der Sinn einer KI, dass man aus diesen Daten Nutzen zieht und dass man damit steuern kann. Ich kann da auch Beispiele nennen, die weltweit teilweise in Versuchsstadien sind und auch teilweise schon eingesetzt werden. Ich sage es mal so, der Hersteller stellt Sachen her, die er noch gar nicht weiß, ob es verkaufen wird, aber er weiß schon den Käufer. Das heißt, anders ausgedrückt, die KI kann es ermöglichen, schon bevor es auf den Transportweg geht, schon zu analysieren, wer wird dieses Produkt in Zukunft kaufen? Und es wird vorher produziert und wird dann hingebracht zu dem Ort und wird dann verkauft. Diese Prognosen können heute KIs schon erstellen. Und das funktioniert teilweise. In China haben sie das gemacht und dort werden Waren schon hergestellt, bevor sie überhaupt verkauft worden sind. Und es sind punktgenau an der Stelle, wenn der Abnehmer da ist und verlangt diese Waren. Und das ist KI. Das ist höchste Standardisierung im Bereich KI. Und ich sage mal so, bei wenn wir da weit sind, bin ich der Meinung, da bringen wir die Menschen und auch diese Technologie und diese ganze Logistik auf ein ganz anderes Level. Das ist die Situation, die vor uns steht. Herr Lindner, Sie merken, das ist in aller Munde und jeder hat auch eine Meinung dazu. Wie sieht es bei der Politik aus? Man muss sich ja seitens der Politik auch damit beschäftigen. In welcher Verantwortung sehen Sie sich denn da? Ich glaube, die Politik hat vor allem die Verantwortung, gute Rahmenbedingungen zu schaffen, damit Wirtschaft und Wissenschaft agieren können. Und wir haben uns, glaube ich, in Deutschland insgesamt in den letzten Jahren zu wenig um diese Themen gekümmert. Es hat jetzt aber Klick gemacht auf Bundesebene und auch auf Ebene der Länder. Die Bundesregierung ist sehr aktiv geworden in jüngster Zeit und auch wir auf Landesebene haben uns dazu entschlossen, einen Masterplan Digitalisierung aufzustellen und eine Milliarde Euro Landesmittel. Das ist für ein Land wie Niedersachsen sehr viel Geld auf den Weg zu bringen, um vor allem die digitale Infrastruktur, sprich schnelles Internet, gerade im Flächenland Niedersachsen in der Fläche und eine ausreichende Mobilfunkabdeckung, G4, G5 Standard, auf den Weg zu bringen. Das wollen wir tun, damit die Wirtschaft dann so agieren kann, wie sie das braucht. Denn ohne Internet ist alles nichts. Wenn wir in der Fläche kein schnelles Internet haben, dann können wir uns viel Gedanken machen über Telematik und autonomes Fahren. Das funktioniert aber nur, wenn wir diese Rahmenbedingungen schaffen. Das sehen wir als unseren Job an und die Herausforderungen haben wir angenommen. Ich glaube, dazu hatten Sie auch eine ganz eigene Meinung, in welcher Form es der Branche noch Unterstützung betrifft seitens der Politik? Ja, ich denke, dass kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen natürlich die Hilfe brauchen, um Anschlussfinanzierung zu schaffen. KI, muss man ganz klar sagen, ist das Kommende. Das ist nicht nur ein Trend, das ist einfach für mich eine Sache, die absolut integriert werden muss in den nächsten Jahren. Allerdings kostet es auch Geld. Und da muss einfach, denke ich, die Politik und auch das Wirtschaftsministerium da ein bisschen mithelfen, diese Anschlussfinanzierung zu schaffen für kleine Unternehmen, weil sonst profitieren tatsächlich nur die Großen davon. Und das müssen wir uns auch im Klaren sein, dass das natürlich nicht gewollt ist, sondern es sollte ja eine gleichmäßige Verteilung dieser Technologien da sein. Zu dem Thema, das Sie vorhin aufgeworfen haben mit diesem autonomen Fahren, ich bin selbst ein Fan von automatischen Autos, also sprich mit Elektroautos, die dann teilweise teilautonom fahren, die sich auch schon untereinander unterhalten können. Man muss sich auch vor Augen halten, wie viele Datenmengen dort entstehen, was für Rechenzentren wir da benötigen, wie viel Traffic da drauf ist, wie viel Energie da reingeht. Und das sind so kundelementare Dinge. Bevor wir über KI sprechen, muss man über diese Infrastrukturen auch reden, weil das ist elementar wichtig, um später dann dieses Thema überhaupt salonfähig zu machen. Also das ist ein Thema, was gerne so ein bisschen nebenbei, aber das ist mit ein Hauptthema, wie wir das infrastrukturmäßig hinkriegen, mit diesen Millionen von Daten, die da kommen werden. Das ist gerade die Daten, das ist ganz interessant. Wir hatten auf der Nutzfahrzeugmesse, war das die Nufarm, da hatten wir mal eine kleinere Gesprächsrunde, da kam das auch mal an, da waren Kollegen von BPW, das ist sicherlich ein Begriff, da und die haben einen Trailer vernetzt, nur zu reinen Forschungszwecken und alle möglichen Daten daraus zu ziehen. Die haben, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, können Sie gerne mal auf telematikmarkte im YouTube-Kanal gucken, da ist die Gesprächsrunde natürlich frei verfügbar, aber da waren mehrere Gigabyte, die rausgezogen sind, entweder pro Sekunde oder pro Minute. Also es ist Wahnsinn, was da tatsächlich aus den Fahrzeugen rausbekommen wird, dass man da Hilfe braucht, diese Daten entsprechend auszuwerten, ist naheliegend. Naheliegend in diesem Saal, Wahnsinnsüberleitung, ist auch der Roboter, der sich nicht mehr bewegen kann, wie Sie gerade gehört haben. Herr Weiler von ICS, Sie haben uns, den Roboter haben Sie vielleicht schon gesehen, der absolut top motiviert dort vor unserer TV-Wand steht, der begrüßt Sie heute. Eigentlich. Wir kriegen es womöglich noch hin, dass nach der Gesprächsrunde, dass Sie sich mal mit dem ein bisschen beschäftigen können, dass Sie mal mit dem interagieren können. Der reagiert natürlich auf so ein paar Schlagwörter, liefert Ihnen Informationen zum Telematik-Wort und dem Hintergrund. Er wollte uns eigentlich begrüßen, aber ich glaube, der hat gerade ein bisschen andere Probleme. Lampenfieber. Ja, so weit ist die künstliche Intelligenz nämlich schon. Gut, dann verschieben wir das noch später. Wir können das ja gerne mal so machen. Sie versuchen das nochmal hinzubekommen. Wenn es klappt, mischen Sie sich ganz frech ein und wir schalten sofort rüber. Aber nichtsdestotrotz würde ich mich freuen, wenn Sie ganz kurz mal trotzdem was zu sich erklären, warum Sie den Roboter mitgenommen haben, in welchem Zusammenhang das überhaupt steht. Meine Damen und Herren, René Weiler von der ICS Group hat den Roboter mitgebracht. Warum? Ich übergebe an Sie. Ja. Hallo, meine Damen und Herren, René Weiler, ICS. Danke, Herr Klischewski. Ja, wir haben den Roboter mitgebracht. Natürlich, also ich sage mal, aus meiner Sicht, Digitalisierung heißt ja vor allen Dingen auch Kollaboration und das ist es, was die Technik ja letztendlich tun soll, uns unterstützen. Und ja, so war auch der Part von Pepper gedacht an der Stelle. Der hätte jetzt hier seine kleine Begrüßungsshow gehabt. Wir werden das an der Stelle nachholen, gern nach dem offiziellen Programm. Ich bin guter Dinge, dass er dann wieder bereit steht. Der ein oder andere unter Ihnen konnte ich ihn ja schon erleben. Und ich denke, wie gesagt, ich schiebe das jetzt mal auf das Lampenfieber des Roboters, warum er jetzt hier an der Stelle aussteigt. Pepper oder Service-Roboter wie Pepper, das sage ich mal, sind für uns ganz aktuelle Themen an der Stelle. Man sieht solche, ich nenne sie dann mal Entertainer im Handel, im Gastrogewerbe oder auch, ich sag mal, überall da im Unternehmen, wo man dann auf sich aufmerksam machen möchte und einfach solche Technologien nutzt, um den Aha-Effekt zu bekommen und Digitalisierung erlebbar zu machen. Das ist ein gutes Mittel an der Stelle, um einfach zu zeigen, wo es hingeht. Und das Schöne an solchen Service-Robotern wie Pepper ist einfach, dass es auch für alle zugänglich ist. Also solche Service-Roboter vor allen Dingen haben auch durchaus Anwendungsbereiche im Pflegesektor, mit alten Menschen zu interagieren. Und das ist eine ganz schöne Sache der heutigen Zeit, dass man auch sieht, wie alte Menschen neue Technologie erfahren. Und da helfen solche Humanoiden mit Sicherheit an der Stelle. Wir sind natürlich noch viel weiter unterwegs neben solchen Service-Robotern wie Pepper. Wir haben Service-Roboter, die dann anders agieren. Das sind dann weniger Humanoide, die im Lager zum Einsatz kommen, automatisiert Inventuren durchführen oder auch am POS zum Beispiel dann Regalbefüllung machen bzw. Regalpflege betreiben. Also das sind alles aktuelle Themen, mit denen wir uns beschäftigen und es ist hochspannend. Und das ist auch das Schöne und es ist begeistert, es ist spannend und in dem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt hier noch weiter viel Spaß und ja, wie gesagt, nach dem Programm kommen Sie noch mal zu Pepper, kommen Sie zu uns. Ich bin sicher, ist dann wieder bereit. Dankeschön. Vielen Dank. Gut, wir drücken Pepper die Daumen und Herrn Weiler. KI ist damit aber noch nicht beendet, denn ich würde Sie ja noch zum Wort kommen lassen. Ihr Unternehmen, wir kommen später noch darauf zu sprechen, für jeden, den IOTA vielleicht nichts sagt, um was es sich da genau dreht, aber es dürfte auch in Ihrem Interesse sein, dass sich das weiterentwickelt. Unterstützen Sie das in irgendeinem Punkt? Ja, also wir als IOTA Foundation sind natürlich im Aufbau, also wir haben die Vision, dass wir Machine Economy bereitstellen können und auch die technische Lösung dafür und wie man sich vorstellt, Machine to Machine, Payment System, Machine to Machine, aber auch eben, wie kommunizieren die Computer oder Devices miteinander, was kann man eigentlich alles dadurch abbilden, wie können wir das in die Industrie 4.0 bringen, wie gehen wir eigentlich mit den Daten um. Meine Vorredner haben gerade auch schon das Thema erwähnt, ja, wir sammeln tagtäglich unterschiedlichste Daten, wie verwerten wir die eigentlich, wie machen wir die nutzbar. Nur ein kleines Beispiel, wenn Sie hier also mit Ihrem Smartphone sitzen, was mittlerweile in einem Smartphone alles integriert ist, Sie haben GPS-Daten, die Sie tagtäglich senden, dann haben Sie einen Fingerabdrucksensor da drin, Sie haben eine Fotokamera da drin, ja, Sie können natürlich auch Sound aufnehmen, Sie können damit Musik abspielen, aber Sie senden tatsächlich immer Daten und das tagtäglich, minütlich und was macht man da? Und genauso in der Automobilbranche ist es tatsächlich so, dass Sie das Fahrzeug sendet Daten, Sie fahren von A nach B, aber wie lesen Sie die eigentlich aus, also wie geht man mit Steuergeräten um, Diagnostik, Sie sammeln die, aber das Sammeln bringt nichts, ohne dass man tatsächlich einen Service dahinter bietet und das ist ganz wichtig. Und wir unterhalten uns heutzutage mit Siri und Alexa und allen möglichen Sprachsystemen. 2016 einfach nur ein ganz kleines Beispiel, war Alexa tatsächlich super konservativ, niemand wollte Alexa wirklich haben, weil man konnte nur einfache Sätze mit Alexa sprechen und dann kam immer wieder eine Antwort. Mittlerweile und das ist glaube ich in naher Zukunft, vielleicht haben Sie es gesehen bei Google Assistant, dass Alexa jetzt auch sozusagen schon Termine machen kann für uns und wenn man dann weiter drängt, dann kann wahrscheinlich Alexa auch irgendwie zahlen oder jemand anders, der dahinter sitzt und wir als IOTA Foundation, wir haben natürlich tatsächlich oder arbeiten an der großen Vision, wie macht man das technisch überhaupt möglich. Und ein zweiter Punkt, wie können wir die Daten tatsächlich sichern. Okay, dazu kommen wir noch ganz zum Ende der Veranstaltung, bevor ich da jetzt alles komplett vorwegnehme, weil dann haben wir auch den größeren Zusammenhang mit Blockchain und IOTA und der Unterschied zwischen den Technologien. Jetzt haben wir besprochen, dass die KI eine Grundtechnologie ist oder zumindest in der Lage ist, viele andere Technologien in einen entscheidenden Boost zu versetzen. Das ist auch beim autonomen oder automatisierten Fahren der Fall. In unserer Leserschaft sind sämtliche Artikel, die irgendwas mit autonomen Fahrzeugen zu tun haben, haben immer meist geklickt und gelesen, ob das nun ein Pkw ist, ob das ein Lkw ist. Die Platooning-Flotten, die auf die Straßen geschickt werden, MAN hat das jetzt glaube ich gerade erst auch wieder gemacht in Bayern, Scania macht das schon länger in Skandinavien, soweit ich weiß. Das sind wahnsinnig interessante Trämen. Auch Transportroboter im Intralogistik, wo sie dann beispielsweise auch wieder stark mit unterwegs sind. Jetzt gibt es beim autonomen Fahren allerdings Unterscheidungen. Ab wann sprechen wir vom automatisierten Fahren, wann ist es wirklich autonom. Da gibt es ein Fünf-Stufen-Modell seit etlichen Jahren, da gibt es auch ein Drei-Stufen-Modell, wie es auch vom VDA getragen wird, ein aktuelles. Auf welchem Level bewegen wir uns denn da aktuell? Und haben Sie vielleicht eine Prognose, wie sich das in Zukunft noch weiterentwickeln könnte? Mit Jahreszahlen soll man natürlich immer vorsichtig sein. Doch, ich möchte verbindliche Termine. Bitte, ja, werden Sie nicht bekommen. Wir sagen, wir bewegen uns jetzt mit den Technologien, bei denen der Fahrer in bestimmten definierten Situationen, für eine bestimmte Zeit, bei einem bestimmten Tempo, die Hände vom Lenkrad nehmen kann, definierte andere Aufgaben wahrnehmen kann, auf Level 3 die Frage, wann der Fahrer komplett, wie das dann in der Fachsprache heißt, aus dem Loop gehen kann und nur noch nach Vorwarnung wieder in den Loop reingeholt werden muss. Level 4, das werden wir in den nächsten Jahren sehen. Das ist mit Sicherheit eine einstellige Jahreszahl, soweit wir von definierten Fahrbedingungen reden. Level 5, wo das Lenkrad dann gar nicht mehr da ist, die Pedallerie gar nicht mehr da ist. Das wird je nach Einsatzbedingungen deutlich länger dauern. Gerade im sehr komplexen urbanen Umfeld wird das sicherlich noch im Hinblick auf die Sensorik, im Hinblick auf die Vernetzung, im Hinblick auf die Reaktionsgeschwindigkeit deutlich länger dauern. In definierten Feldern, beispielsweise auf der Autobahn, klar abgegrenzte Autobahnabschnitte und so weiter, werden wir das aber zumindest experimentell auch deutlich schneller sehen. Frau Hertel, Sie kommen ursprünglich von, so viel weiß ich, wie Sie kommen, vor IOTA waren Sie unter anderem bei VW. Sie sind ja auch Automotive-Experte bei, oder zuständig für den Bereich Automotive, unter anderem bei IOTA. Kann ich Sie nach Ihrer Einschätzung fragen, was ist denn die größte Herausforderung, wenn es zum komplett autonom, also wenn wir mal von Stufe 3 oder beziehungsweise Stufe 5 sprechen, was ist die schwierigste Herausforderung, diesen Zustand zu erreichen aktuell? Also erstmal muss ich Sie korrigieren. Also ich habe auf vielen Projekten bei VW gearbeitet, aber ich war tatsächlich bei einer Konzerntochter von Porsche sozusagen, um das klarzustellen. Auf jeden Fall, ich denke, die große Challenge wird tatsächlich sein, die ganze Infrastruktur darzubieten. Also das heißt, wie mein Vorredner schon gesagt hat, welche Zonen, also abgesteckte Zonen, wie macht man eigentlich unterschiedliche Spuren, also breite Spuren, etwas schmalere Spuren und wie geht man mit einem Frühwarnsystem tatsächlich um, also was ist passiert, wenn ein Unfall dann mal passiert, dann müssen die anderen Fahrzeuge auch irgendwie gewarnt werden. Aber die Bemühungen auf dem, also es gibt Allianzen, die ich sehr befürworte, unter anderem hat die jetzt in Shanghai getagt auch, die internationale Smart Mobility Testbett Allianz, da wird es auch wieder am 9. Oktober in Aachen eine Veranstaltung dazu geben und da treffen sich natürlich auch viele Entscheider und unterschiedliche Unternehmen und das ist das erste Mal, glaube ich, dass sich unterschiedliche, auch Unternehmen, OEMs zusammensetzen müssen, weil natürlich verschiedene Fahrzeuge in einer bestimmten abgesteckten Zone fahren müssen. und das ist, glaube ich, noch nie so gewesen, dass sie sich dann auch abstimmen und ein wichtiger Punkt ist auch, dass man da in Shanghai auch beschlossen hat, dass man eben die Daten, Fahrzeugdaten, nicht direkt aus dem Fahrzeug nimmt, sondern die in den Cloud hochlädt und das wurde da, glaube ich, so besprochen und festgelegt. Okay. Jetzt schließen wir den Kreis mal ganz wieder zurück zum Transportbereich. Herr Schiel, inwiefern unterscheidet sich das automatisierte Fahren vom Pkw zum Nutzfahrzeug, zum Lkw oder Baumaschine? Das ist ja nicht eins zu eins übertragbar. Eins zu eins übertragbar ist es natürlich nicht. Das liegt schon an den ganz unterschiedlichen Einsatzzwecken. Es liegt auch an den unterschiedlichen Geschwindigkeiten und an den unterschiedlichen Umfelden. Wenn wir uns die Hardware angucken im Hinblick auf die Sensorik, im Hinblick auf die vorderlichen Steuergeräte, dann sind die Systeme natürlich vergleichbar. Da muss man natürlich beim Nutzfahrzeug die Robustheiten ein bisschen mehr in den Vordergrund stellen. Das Entscheidende ist, was werden die Treiber sein? Die Treiber im Nutzfahrzeugbereich sind ganz klar Wirtschaftlichkeit. Im Nutzfahrzeug zählt Wirtschaftlichkeit, Wirtschaftlichkeit, Wirtschaftlichkeit. Das Gerät soll entweder effizienter sein, es soll länger fahren können, es soll andere Einsatzzwecke erfüllen können, es soll möglicherweise in bestimmten Anwendungen ohne Fahrer oder Bediener auskommen. Das ist das Thema beim Nutzfahrzeug. Beim Pkw geht es um Komfort und es geht um Sicherheit. Der Fahrer will in bestimmten Umfeldern, bei bestimmten Fahrsituationen, die Hände vom Lenkrad nehmen. Er will vielleicht mal was ganz anderes tun, Zeitung lesen, E-Mail, keine Ahnung, was immer dann im Hinblick auf die jeweilige Technologie möglich sein wird. Dabei soll die Sicherheit erhöht werden und es soll natürlich auch im Hinblick auf den Verkehrsfluss insgesamt die Effizienz erhöht werden. Stichwort Koordinierung der Verkehre, Stauvermeidung, Verkehrsverflüssigung und alles, was damit im Zusammenhang steht. Stichwort Koordinierung. Da gibt es ja auch ein Projekt, oder ein Projekt ist zu wenig, eine Technologie, die Sie unterstützen, das Platooning. Was können Sie uns dazu denn noch sagen? Genau, Platooning ist eine Technologie für den Nutzfahrzeugbereich, wo schwere Lastkraftwagen elektronisch miteinander gekoppelt werden, sodass Sie auf sehr geringen Distanzen hintereinander herfahren können. Das sieht man hier, wir reden hier von 10 bis 15 Metern. Das hat zwei Effekte. Einmal hat es einen Effekt im Hinblick auf den Kraftstoffaufwand, den Kraftstoffverbrauch des gesamten Platoons. Wir reden davon, dass durch die bessere Aerodynamik des Gesamtplatoons, so nennt man das, wir eine Effizienzsteigerung von 15 bis 20 Prozent bekommen können. Das erste Fahrzeug natürlich etwas weniger, aber immerhin noch, weil die Verwirbelung besser wird, die hinteren Fahrzeuge etwas mehr. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist, dass der Platoon natürlich im Hinblick auf den Fahrereinsatz wesentlich effizienter ist. Der vordere Fahrer muss natürlich fahren. Irgendwo muss der Platoon ja hin, zumindest bei dieser Phase der Automatisierung. Aber die hinteren Fahrer können sich, solange der Platoon zusammen ist, abgesehen von der Überwachungsaufgabe, auch auf andere Aufgaben beziehen, Fracht disponieren, Routenplanung übernehmen, ähnliche Dinge tun, möglicherweise sogar teilweise Ruhezeiten nehmen, während sie im Platoon fahren. Und auf diese Weise gewinnen wir auch an dieser Stelle signifikant an Effizienz. Wird gerade probiert, unter anderem auf dem Testfeld A9. Und wir werden da einige Hersteller zeigen. Ist ja schon auch hier auf der Messe. Wir werden da in den nächsten Jahren auch signifikante Fortschritte sehen. Jetzt wundern Sie sich nicht, Platooning ist nicht erst seit gestern Begriff, da hat man schon ein bisschen länger von gehört, aber es gibt einen ganz konkreten Grund, weshalb wir dieses Beispiel ausgewählt haben. Da kommen wir später nochmal zu. Merken Sie sich mal die Treibstoffersparnis. Weiter, bei der Transportbranche, gerade wenn es um den Beruf des Lkw-Fahrers angeht, wir haben vom BGL gehört, der angekündigt hat oder der prophezeit hat, dass ein Versorgungskollaps in der Transportbranche bevorstehen könnte, weil es eben massiv an Fahrern mangelt. Die Telematikbranche kann gegen einen Fahrermangel allgemein nicht viel machen. Sie kann nur versuchen, dem Zustand, wie er aktuell ist, erträglich zu machen, die Prozesse so weit zu glätten, dass man mit diesem Defizit trotzdem noch gut klarkommt, beispielsweise indem der Laderaum optimal ausgenutzt wird, indem auf Frachtbörsen freie Kapazitäten angeboten werden für gemeinsame Transporte. Jetzt gibt es auch verschiedene Projekte, um den Beruf des Kraftfahrers bekannter zu machen oder interessanter zu machen. Ich möchte ganz kurz persönliche Note mit reinbringen. Es ist ein Verein, eine Stiftung Truckers Life, die haben aktuell ein kleines Projekt europaweit zu laufen, wo die an den Autobahnen kleine Fitnessstationen bauen. Es sind offene Fitnessstationen für Trucker, damit die sich fit halten können, damit die aus ihrem Trott rauskommen im Fahrzeug. Nettes Projekt, wie ich finde. Aber Herr Lindner, was können Sie tun? Welche Möglichkeiten sehen Sie? Wie kann man sich dieser Herausforderung dem Fahrermangel entgegenstellen und inwiefern spielt vielleicht auch das automatisierte autonome Fahren da eine Rolle? Ja, wir sehen im autonomen Fahren große Chancen, große Potenziale, auch zum Beispiel darin, den Beruf des Lkw-Kraftfahrers angenehmer zu machen. Weniger monoton, abwechslungsreicher, indem der Fahrer Zeit bekommt, sich um andere Dinge zu kümmern, die ja Dr. Scheel schon zum Teil angesprochen hat. Da glaube ich, wird es noch sehr, sehr lange dauern, bis man tatsächlich auf Fahrer verzichten kann. Das kann erst in vielen, vielen Jahren der Fall sein. Aber vorher wird, glaube ich, der Beruf sich wandeln, so wie sich auch andere Berufe wandeln. Und das kann dazu beitragen, diesen Beruf attraktiver zu machen. Und das kann auch dazu führen, dass wir mehr Fachleute oder mehr Interessenten dafür bekommen. Und wenn ich noch einen anderen Aspekt ansprechen darf, wir sehen im autonomen Fahren auch deshalb eine große Chance, weil wir glauben, dass darin ein Beitrag liegen kann für mehr Verkehrssicherheit. Denn im Moment ist es so, dass die Fahrer, die Menschen, der größte Risikofaktor sind im Straßenverkehr. Hier bei Hannover kreuzen sich A7 und A2. Wir haben auf der A2 sehr viele Lkw-Unfälle. Und die Konstellation ist immer, der Lkw fährt auf das Stauende auf. Und warum ist das so? Weil der Fahrer abgelenkt ist, weil er Fernsehen guckt, weil er sich einen Kaffee kocht, weil er sich eine Bratwurst auf dem Grill brutzelt oder auf dem Handy spielt. Also ich habe mir mal genau angeschaut, was die Polizei bei ihren Kontrollen so feststellt. Das ist sehr aufschlussreich. Und der Computer, der vorübergehend verschiedene Instrumente übernimmt, ergänzt durch Assistenzsysteme, wie automatisches Abbremsen und Ähnliches, die können für sehr viel mehr Sicherheit sorgen. Darf ich eine Frage stellen? Gerne. Ist dann das Thema Nachtfahrverbot für autonome Fahrzeuge dann immer noch gegeben? Das Nachtfahrverbot hat ja viele Gründe. Ein Grund ist der Schutz auch von Mitarbeitern. Aber auch Lärmschutzgründe sind dabei. Das müsste man sich genau anschauen. Das kann aber helfen, da zu flexibleren Regelungen zu kommen. Ich habe Ihnen beiden eben wirklich sehr gut zugehört, weil das ist ein Paradebeispiel. Man hat zwei Themen hier und man spricht über KI. Und KI fängt eigentlich nicht überall oder in einem Punkt an, sondern man muss das ganzheitlich sehen. Das ist toll, dass ein LKW dann fahrerlos durch die Gegend fahren könnte in Zukunft, was ich sehr gut finden würde. Aber man muss natürlich ein bisschen weiterdenken. Die Fahrer sind ein Thema da drin. Sie werden sich verändern. Sie werden vielleicht im Fahrzeug selber was machen können, wenn es erlaubt ist. Auf der anderen Seite muss man aber auch den LKW so gestalten, dass er auch voll ist. Das heißt mit Waren. Das heißt, die KI hilft, Leerfahrten zu vermeiden, Leerräume durch die Gegend zu fahren. Und das ist eigentlich der Aufgabenpunkt an der KI, dass man die ganzen Daten zusammenbekommt und damit Nutzlasten von so einem LKW auch auslastet, damit er voll durch die Gegend fährt und nicht leer. Und diese Leerfahrten macht ja auch einiges aus, nämlich unsinnige Fahrten und verstopfen dadurch die Straßen. Und das ist KI, das ganze Thema zusammenzubringen. Und das ist eine Aufgabe, die sich vielen stellen. Und wie gesagt, das ist nicht ein Panik, sondern man muss alles zusammenrufen. Deswegen diese Millionen von Daten. Übrigens, wir sind gerade, passt gerade super ins Bild. Beispiel die Aussetzung vom Laderaum. Was man da für Möglichkeiten hat, beispielsweise einen Trailer effizienter zu machen. Greifen Sie sich eine Ausgabe unserer Fachzeitung, die hier rumliegt. Da ist direkt auf der Titelseite die Trailer-Telematik thematisiert. Und auch ein Laderaum-Scan, der ermittelt, okay, wie viel Platz habe ich noch? Was kann ich vielleicht noch automatisiert fremdvergeben? Wie muss ich umschichten, damit mein Transport, dass ich wirklich alles raushole aus meinem Transport? Aber genug der Theorie, oder naja, Theorie ist es irgendwie auch noch, zum automatisierten Fahren. Ich übergebe sehr gerne an den Herrn Professor Dr. Kubica, an seinen Kollegen Herrn Schlingelhof. Die haben nämlich diesen Truck hier mitgebracht. Ich darf nicht damit fahren, Sie dürfen nicht damit fahren, aber wir dürfen zugucken, was der kann. Wenn er nicht kaputt gehen soll, darf da gar keiner drin sitzen und damit fahren. Damit sind wir so ein bisschen Stufe 5, was wir vorhin hatten. Also ein Lenkrad hat er auch nicht mehr drin, sondern es würde ihm sehr wehtun, wenn man sich da reinsetzt. Von den Funktionen sind wir irgendwo bei Stufe 1. Also das ist noch relativ frisch, das ganze Projekt. Wir erklären auch gleich, wieso, weshalb, warum, was für Technik drin ist. Aber zurzeit kann er autonom anhalten, wenn alles richtig funktioniert. Ich hoffe auch, dass wir mit der Demonstration, der Diskussion dann kein falsches Dogma aufzwängen zum Thema Robustheit und was passiert, wenn die Technik ausfällt. Wir geben unser Bestes. Ich habe jetzt gerade hier ganz schwitzend gesessen, weil dass er eine Stunde eingeschaltet rumsteht, ist normalerweise auch nicht seine Art, sondern wir fahren damit rum und wenn irgendwas passiert, können wir neu starten. Das Akku hält hoffentlich die nächsten 10 Minuten noch aus. Das ist auch so ein Thema. Es ist ein E-Fahrzeug natürlich. Auf der anderen Seite hat er auch gestern mal die Macke gehabt, dass er von alleine rückwärts fährt. Das war jetzt so das zweite Horrorszenario. Wie schnell schaffe ich es von hier nach da, um ihn noch zu retten? Von daher schauen wir mal. Ich würde jetzt kurz an den Kollegen übergeben. Ich gucke, dass ich ihn wieder einschalte richtig. Ja, danke Stefan. Erstmal viel Glück beim Hochfahren. Vielleicht ein paar Hintergrundinformationen, was das Ganze eigentlich darstellt. Bei uns auf dem Campus in Wildau, bei Berlin, ist mal die Idee aufgekommen von einigen Kollegen parallel, wir müssten mal was zusammen machen. Wir müssen mal ein neues Lehr- und Forschungskonzept hier mal installieren, was eben die ganzen Fachbereiche und Fachgebiete interdisziplinär zusammenfügt. Und zu dem Zeitpunkt kam gerade mein neuer Kollege, Professor Kubica dazu, inzwischen Vizepräsident für Qualität und Digitalisierung. Er kam frisch aus einem Automobilkonzern, aus einem großen, aus der Konzernforschung und hat dort auch einige Ideen noch anreichernd mitgebracht. Und wir haben uns überlegt, wir brauchen jetzt einen großen Rahmen und wir haben ein Campus-internes Forschungs- und Lehrprojekt initiiert, das heißt Testfeld autonomes Fahren. Da ist also schon dieser Begriff mit geprägt, wo wir mal hinwollen. Ein wesentliches Bauelement dieses Testfeldes ist erstmal ein Modellfahrzeug. Wir haben auch 1 zu 1 Fahrzeuge da stehen, wir haben auch Infrastrukturkomponenten bei uns stehen, die wir jetzt nach und nach da auch mit ans Netz bringen. Aber dieses Modellfahrzeug bietet jetzt die Möglichkeit, skaliert bestimmte Funktionen und auch Komponenten im Kleinen zu steuern. Wir können den noch nicht autonom fahren lassen, aber wir können viele Funktionalitäten in Hardware und in Software hier abbilden und hier zeigen. Und wir können dann junge Menschen, unsere Studenten, aber auch Mitarbeiter dazu bringen, hier zum Beispiel Abschlussarbeiten zu schreiben und bestimmte Aspekte zu beleuchten in ihren Teilarbeiten, zum Beispiel Auslesen von bestimmten Sensoren, reagieren auf bestimmte Situationen und so weiter. Das Ganze ist erstmal ein Prototyp, eine Baustelle. Das war ursprünglich mal ein kaufbares Modellfahrzeug. Inzwischen haben wir durch Re-Engineering viele Komponenten durch eigene Komponenten ersetzt. Zum Beispiel sind wir aktuell dabei, dieses Fahrerhaus zu ersetzen durch eine eigene Nachbildung, wo dann auch die Sensoren alles integriert sind. Im Augenblick ist das eben alles noch sehr viel, ich sage mal, Kabelsalat versehen. Es ist eben ein Forschungsobjekt. Deswegen sieht es im Augenblick auch noch so aus. Was wir Ihnen heute eigentlich erstmal vorführen wollten, ist eine Funktion, eine Assistenz- oder Autonomenfunktion, nämlich ganz simpel das automatische Bremsen. Dazu haben wir dieses Fahrzeug nicht nur mit einer gewissen Intelligenz ausgestattet, also ein kleiner Mikrorechner, sondern auch mit entsprechenden Sensoren. Die Sensoren, die jetzt hier maßgeblich beteiligt sind, sind Ultraschallsensoren, die wir unten haben. Also die bilden gewissermaßen die Funktionalität von Radarsensoren in einem Fahrzeug nach. Und wir haben tatsächlich noch so etwas Radarähnliches hier auf dem Dach, was Sie dort kreiseln sehen. Das ist ein optischer Laserscanner, der also 360 Grad Richtung die Umgebung erfasst. Beide Messwerte gehen in den Rechner rein. Wir haben zusätzlich noch Kamerasysteme, die wir jetzt aber nicht in Betrieb haben. Ortungs- und weitere Kommunikationskomponenten haben wir jetzt auch nicht dabei, weil wir hier mit GPS eh nichts anfangen können. Aber diese beiden Sensoren, von denen ich gerade gesprochen habe, mit denen ist es jetzt im Grunde möglich, wenn das alles richtig hochfährt, das System verschiedene Hindernisse zu erkennen und eben auch dann selbstständig zu bremsen. Unabhängig davon, was man jetzt als Fahrer in diese Fernbedienung eingibt. Man kann also nur rückwärts wieder rausfahren aus dieser Situation und kommt dann also nicht mehr weiter vorwärts. Kann man da jetzt was sehen? Da würde ich gerne wieder übergeben. Ich habe es gerade nebenbei gemacht. Vielleicht haben es ja ein oder andere gesehen, dass er tatsächlich bremst. Ich meine, es ist kein Rocket Science. Gerade für Telematiker, für die Leute hier im Raum, ist die Technik, denke ich, ganz klar. Kamera, Sensorik, Verarbeitung, Aktorik am Ende des Tages. Es ist auch gar nicht das Ziel, dass wir hier irgendwie versuchen, die Automobilhersteller zu überholen in den Funktionen und als erster irgendwie Stufe 5 zu haben. Das ist gar nicht das Ziel, sondern es ist eher der Ausbildungsansatz dahinter. Also was auch in der Automobilindustrie als solches fehlt, sind ja Fachkräfte in dem Bereich. Ich war selber viele Jahre, elf Jahre bei Volkswagen, habe am Ende die Airbag-Elektronik geleitet und zu der gehört auch kooperatives Fahren, was wieder K2X mit WLAN bedeutet. Und das größte Problem, was wir hatten, war einfach Leute zu finden, Studierende, Absolventen, die, wenn sie kommen, direkt bei uns losstarten und uns vielleicht sogar sagen können, was so noch Neues in dem Bereich gerade on top ist. Im Endeffekt mussten wir die aber erst mal ein halbes Jahr, ein Jahr bei uns dann anlernen. Und das kann irgendwie nicht das Ziel sein als Hochschule, als Uni, dass quasi unsere Absolventen trotzdem irgendwie hinter der Zeit sind. Und dementsprechend ist hier eher der Ansatz, dass wir es schaffen, die Absolventen noch praxisnäher an den Dingen entwickeln und lernen zu lassen, die auch heutzutage im Auto unterwegs sind. Vielleicht haben wir irgendwann auch die Möglichkeit zu sagen, wir versuchen auch mal neue Sachen aus, weil es tut tatsächlich nicht so doll weh, von dem getroffen zu werden, als von einem 1 zu 1 LKW. Kann ich auch schon selber erleben dürfen. Also es ist auch ganz gut. Und wir haben für uns auch versucht, die Absolventen auch so ein bisschen breiter aufzustellen. Sagen wir mal, wir haben einen Telematiker, jetzt hier mal aus dem Kontext. Heutzutage ist es so an der Uni, dass so ein Studiengang, so ein Telematiker, der ist nur in seinem Studiengang. Vom ersten bis zum letzten Semester hat er in der Regel nur mit Telematikern zu tun. Wenn er dann in die Arbeitswelt wechselt, hat er auf einmal das Problem, er muss mit BWL anreden, das muss irgendwie kostenseitig passen, er muss mit Marketingleuten reden, er muss mit Produktionen anreden. Das können auch ganz harte Erfahrungen sein, die man da macht, gegenseitig. Und da war unser Ansatz einfach, wir haben letztes Jahr eine virtuelle Lernfabrik gegründet, die Wildauer Maschinenwerke. Das ist eine Truck-Manufaktur, einfach weil wir viele Kollegen haben, die einen Automotive-Background haben. Und weil wir, wie der Kollege Schlingelhoff schon gesagt hat, auch diesen Truck, das sind unsere Wirtschaftsingenieure, das ist dann unsere Konstruktionsabteilung und Produktionsabteilung, diesen Truck selber baut. Das ist für die Bachelorstudierenden quasi das Meisterstück, dass sie im Laufe des Bachelorstudiums selber in CAD Teile davon konstruieren, optimieren, in 3D ausdrucken oder halt in anderen Materialien und das dann auch zusammenbauen müssen. Und in dieser Firma, wie viele Minuten habe ich? Ich, um Gottes Willen, fühlen Sie sich nicht in der Druck gesetzt. Alles klar, das finde ich gut. Wir sind die Entwicklungsabteilung, wir sind quasi, wir bilden den Entwicklungsingenieur aus, wir denken also nicht mehr in Studiengänge, sondern wir denken in Berufsbildern. Wenn ein Schüler zu uns kommt und fragt, was soll er studieren, dann erklären wir ihm, guck dir das hier an, was wir hier machen, hier gibt es verschiedene Tätigkeitsfelder und wenn er sagt, mich interessiert genau das hier, mit dem hier so ein bisschen Programmieren, in Linux oder irgendwie was mit C++ machen, dann sagen wir, okay, das ist Entwicklungsingenieur, dann kannst du bei uns Automatisierungstechnik, Verkehrssystemtechnik, Wirtschaftsinformatik, Telematik, was auch immer studieren. Aber der Studiengang ist nur Mittel zum Zweck, wir wollen mit Berufsbildern denken. Und dementsprechend haben wir diese Firma quasi zu einem digitalen und virtuellen Leben erweckt, das heißt, wir haben neun Studiengänge, die inzwischen ihre Vorlesungsinhalte auf die Beispiele dieser Truckmanufaktur ausrichten. Nicht alles ist autonomes Fahren, wir haben auch Logistikanwendungen und ähnliches mit dabei, sogar Human Resources, BWL macht inzwischen Beispiele aus Bewerbungsprozessen anhand von Stellenprofilen hier aus diesem Wilder-Maschinen-Werke-Kontext und die Studierenden sind einfach nicht mehr gefangen in ihrer Studiengangsbrille, sondern wenn meine Jungs ein Problem haben, weil die Achse vorne schon wieder irgendwie nicht genug aushält, dann gehen wir in die Konstruktionsabteilung, das sind die Wirtschaftsingenieure, und diskutieren mit ihnen, wie wir das ändern können. Und das ist etwas, was halt schon mal für die spätere Berufswelt schon mal sehr, sehr prägend ist. Bei Mensa-Partys ist es auch besser, man kennt sich viel mehr, man kennt mehr Leute, die drucken sich selber T-Shirts mit dem WMW-Logo drauf, weil sie sich einfach damit identifizieren und für uns einfach ein super Mittel, um quasi Leute auszubilden, die etwas mehr fertig sind für autonomes Fahren und ähnliches. Ja, das soll es soweit gewesen sein, es hat Gott sei Dank funktioniert, bin ganz froh. Fragen gerne im Anschluss. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Das, was Sie die ganze Zeit im Hintergrund gesehen haben, das war kein Fehler in der IT, das waren die Daten, die geliefert wurden, glaube ich, oder die Befehle, die gegeben wurden. Okay. Also, deswegen nicht wundern. Was er noch angesprochen hat, oder was Sie noch angesprochen haben, ist, dass man händeringend nach Leuten sucht, die Bock auf den Beruf haben, die die ganze Branche vorantreiben können. Ich glaube, das können alle Leute, alle Unternehmen, die hier im Bereich der Telematik sind, die im Bereich der Digitalisierung unterwegs sind, hier unterschreiben. Wir brauchen dringend mehr Entwickler. Wenn man sich dann mal auf die Stellenausschreibung guckt, die Seiten, die sind immer ellenlang. Man braucht keine PR-Leute, man braucht keine Vertriebsleute, Entwickler. Da haben Sie schon gesagt, das wollen Sie auch mit unterstützen. Jetzt schließen wir aber den Bogen. Wir hatten vorhin den Truck, den Platoon und ich hatte schon angekündigt, dass die liebe Frau Hertel hier neben mir da noch was zu sagen hat. Sie kommen von der IOTA Foundation. Die IOTA Foundation ist keine Blockchain oder arbeitet nicht auf dem Blockchain-Prinzip. Sie haben das ein bisschen weiterentwickelt. Trotzdem, Sie müssen ja wissen, was die Blockchain ist und viele unserer Leser und ich gebe auch ganz ehrlich zu, ich habe da auch nicht so richtig Plan von. Was ist die Blockchain? Wie ist jetzt genau das Prinzip? Ja, also Sie haben mich ja gebeten, das ganz einfach zu erklären. Ja, bitte. Und von daher nehme ich jetzt einfach mal diese beiden Begriffe, einmal Block und einmal Chain. Was ist eigentlich ein Block? In einem Block sind eine bestimmte Anzahl von Transaktionen gespeichert. Wenn der eine Block sozusagen voll ist, dann wird dieser Block an Transaktionen wird gehashed und in einen neuen Block geschrieben. Was heißt gehashed? Sie nehmen die Informationen der ganzen Transaktionen und das ist eine bestimmte Art, es ist ein Algorithmus, der dahinter steckt, ein Hash-Algorithmus und der wird sozusagen in den nächsten Block geschrieben. Dadurch entsteht eine Kette und dadurch, dass diese ganzen Blöcke einander gereiht werden, ist es wahnsinnig langsam das System. Das ist schon mal der erste Nachteil einer klassischen Blockchain. Das heißt, je mehr Transaktionen sie haben, desto langsamer wird das System und das bringt auch nichts wie in Bitcoin oder Ethereum so groß wie möglich die Blöcke zu machen oder den Abstand groß. Nächste Sache ist, sie wollen, dass ihre Transaktionen, also es sind meinetwegen Geldtransaktionen und nicht Datentransaktionen bestätigt werden. Jetzt passiert sozusagen auf zwei Seiten eine Competition. Auf der einen Seite, ich zahle mehr Transaktionsgebühren als sie, sodass meine Transaktion erst validiert wird und dann ihre Transaktion. Das heißt, also ich möchte in der Transaktionskette immer ganz oben stehen. So, dann gibt es sogenannte Validatoren oder Miner, das haben Sie vielleicht schon mal gehört, Miner, Mining Farm gibt es, 60 Prozent der größten Mining Farm haben quasi den ganzen Hash-Algorithmus und das ist natürlich nicht so wirklich ein dezentrales System, was immer alle behaupten. Also, wenn Sie sagen, die ganze Industrie oder Blockchain oder wie Bitcoin und Ethereum funktioniert, wird sozusagen von sechs großen Mining-Firmen gesteuert. Was wir jetzt, ja, fragen Sie mich. Vielleicht können Sie da direkt drin überleiten. Man merkt das ja trotzdem, dass diese Blockchain auch mit den Nachteilen, die es möglicherweise gibt, die jede Technologie immer irgendwie innehat, die Auswirkungen, alleine Blockchain zu erwähnen als Unternehmen sind immens. Ich weiß nicht, ob Sie das mal mitbekommen haben, was da teilweise abgeht, wenn ein Unternehmen sagt, ja, wir investieren jetzt in Blockchain oder wir haben jetzt eine eigene Kryptowährung. Man verbindet Blockchain immer noch sehr viel mit den Kryptowährungen. Deswegen bleibe ich mal ganz kurz dabei. Es gab Anfang des Jahres Kodak, die haben Kodak-Coin vorgestellt und wollen damit Fotos von Fotografen rückverfolgbar machen, sodass die ihr Geld, also dass die merken können, wo sind die Fotos hingegangen und ihre Honorare bekommen. Wie das genau funktioniert, wurde nicht veröffentlicht, aber allein die Ankündigung hat den Börsenwert verdoppelt. Das ist der totale Hammer, was da teilweise abgeht. Das heißt, wie groß ist denn dieses Potenzial nun tatsächlich? Also, meine Meinung dazu ist tatsächlich, dass dieser ganze Krypto-Currency-Markt höchst spekulativ ist und auch eigentlich der Technologie, die dahinter steckt, nicht, also wirklich schadet, weil ich bin der Meinung, das ist eine große Sache, ähnlich, ich vergleiche das immer wie das Internet, Entstehung des Internets. Das ist tatsächlich eine technologische Erneuerung, die fernab jeder Vorstellungskraft manchmal auch ist und daher auch schwierig zu anderen verständlich zu machen. wenn man den Hintergrund, warum eigentlich Bitcoin, also eine Blockchain war ein Enabler für Bitcoin, also man wollte das ganze Bankensystem aushebeln, man wollte dezentral sein, nicht zentral, man hatte Angst eben, dass bestimmte Unternehmen große Monopolstellungen haben und meine Daten sind dann nicht sicher, weil die irgendwo gespeichert werden und dieses ganze System wollte man aushebeln und das nennt sich DLT, Distributed Ledger Technology, auf der basiert das Ganze und die Blockchains dieser Welt basieren alle auf DLT, aber wir als IOTA, wir sind eine gemeinnützige Non-Profit Organisation, die eben ein ganz anderes System entwickelt hat. Wenn ich Sie da unterbrechen kann, deswegen gibt es nämlich einen Grund, weshalb man auch mal jemanden hat, der ein bisschen kritischer über die Blockchain spricht, Sie haben da nämlich ein etwas anderes System, allerdings möchte ich noch kurz mal den Herrn Lindler hier einbeziehen in dieses Thema, denn die Blockchain ist auch ein Thema, da wurde eine Anfrage an die Regierung gerichtet, vor in diesem Jahr, inwiefern die Blockchain Thema ist und Blockchain wird auch im Koalitionsvertrag erwähnt. Beispielsweise auch eben, dass diese Kryptowährung, die ersprochen wurde, dass man gucken kann, wie kann man das regulieren oder inwiefern ist das notwendig. Welchen Stellenwert hat die Blockchain ihrerseits aktuell? Ja, in Koalitionsverträgen tauchen immer die Begriffe auf, die die Politiker, die diese Verträge verhandeln, dort hinein verhandelt haben. Und wenn ein Begriff wie Blockchain auftaucht, dann bedeutet das, dass zumindest einer der Verhandler das auf dem Schirm hatte. Das allgemein zur Erläuterung. Nein, um es klar zu machen, ich hatte vorhin schon gesagt, es hat Clique macht in der Politik Digitalisierung, Blockchain, autonomes Fahren und andere Dinge, die dazugehören, die haben jetzt den Stellenwert, den sie verdienen und das macht man politisch auch für die Öffentlichkeit deutlich, indem man bestimmte Dinge dann in die Koalitionsverträge mit hineinschreibt. Das bedeutet also, auf Bundesebene, aber auch eben hier im Lande, haben solche Technologien einen hohen Stellenwert und Herr Dazilva hat es vorhin ja schon einmal angesprochen, große Unternehmen haben weniger Probleme, sich neue Technologien anzueignen, weil sie auch über ganz andere finanzielle Mittel verfügen als kleine und mittlere Unternehmen und deshalb werden wir im Rahmen unseres Masterplans Digitalisierung auch einen sogenannten Digitalbonus hier in Niedersachsen einführen, womit wir gerade kleine Unternehmen fördern bei investiven Maßnahmen in neue Technologien, wozu auch Software und andere Dinge auch sowas wie Blockchain Anwendung gehören können. Okay, jetzt haben Sie schon gesagt, da steht im Koalitionsvertrag gerne mal irgendwas drin, was in den Verhandlungen gefallen ist. Nichtsdestotrotz stehen nicht nur die Blockchain als ein aktuelles Thema drin. Kann man das tatsächlich jetzt mal, und ich möchte das wirklich nicht unbedingt so negativ klingen lassen, aber kann man das wirklich mal als ein Signal sehen, dass es jetzt vorangeht? Also dass man seitens der Politik erkannt hat, Leute, wir hängen da vielleicht ein bisschen hinten dran, wir machen da jetzt was. Ja, also wir waren sicherlich insgesamt in Deutschland so langsam, nicht nur die Politik, auch Wissenschaft und Wirtschaft in den vergangenen Jahren, andere Länder wie zum Beispiel Estland sind beim Thema Digitalisierung an uns vorbeigezogen, jetzt wollen wir aufholen, wir haben aber auch gute Rahmenbedingungen in Deutschland, wir haben eine boomende Wirtschaft, wir haben dadurch Steuerrekordeinnahmen, das setzt uns in die Lage, auch entsprechende Geldmittel bereitzustellen, auf Bundesebene und auf Landesebene und genau das passiert und ein Begriff zu erwähnen in einem Koalitionsvertrag, das bedeutet, dass er auch Aufmerksamkeit findet, auch politische Aufmerksamkeit auch in den Parlamenten und es sind ja die Parlamente, die die Geldmittel bereitstellen für die einzelnen Haushaltstitel, aus denen man dann solche Maßnahmen finanzieren kann und deshalb können sie davon ausgehen, dass das auch entsprechend umgesetzt wird, auf Landes- und Bundesebene. Jetzt haben Sie schon angesprochen, es gibt ein paar Länder, die sind weiter, wir haben den ganzen Tagen, die ganze Gesprächsrunde jetzt schon drüber gesprochen, was eigentlich passiert auf dem Markt in der Digitalisierung, es gibt eine Prognose von Gartner, die prophezeit oder die sagt, bis zum Jahr 2020 werden 20 Milliarden Einheiten, was auch immer, also ob nur im privaten oder im geschäftlichen Sektor, im IoT vernetzt sein, Gegenstände, Objekte, Fahrzeuge, was auch immer, sehen Sie gerade im Hintergrund auch in wiefern sich das aufteilt im Consumer und Business Bereich, das ist insofern spektakulär, wenn man betrachtet, dass das eine Vervierfachung zu 2016 ist, eine Verdopplung vom aktuellen Wert, das geht also rasend schnell voran und es dürfte eine Prognose sein, die Sie auch total toll finden, oder Frau Hertel, und jetzt möchte ich Sie nämlich gerne mal zurückführen zu dem, was IOTA jetzt eigentlich ist, es ist ja schon mal, wenn man an IoT denkt, Internet of Things, man erkennt ja schon rein von den Buchstaben Parallelen. Ja, also wir konzentrieren uns hauptsächlich auf die Internet of Things, IoT Anwendungen und haben da auch verschiedene Use Cases schon mit großen Unternehmen auch gemacht und mit eher kleineren Unternehmen und wir bringen die zusammen mit den Ideen, die wir haben und wir konzentrieren uns natürlich genau auf diese Anwendungen, Machine to Machine Payments, was ich schon angesprochen hatte. Wir haben ein großes Skalierungsproblem in den klassischen Blockchains, die wir aber mit unserer Technologie nicht haben. Wir sind unendlich skalierbar. Wenn wir nochmal zurückkommen zu dem Thema, was ist der Unterschied zwischen einer klassischen Blockchain und IOTA. Wir bei einer klassischen Blockchain muss man eben eine Transaktion bestätigen, bevor man die andere machen kann. bei uns ist es so, wir haben keine Miner, wir haben keine Blocks, wir haben auch keine Chain. In einem Netzwerk müssen immer zwei Transaktionen vorher von jemanden bestätigt werden. Und dadurch wächst natürlich das ganze System proportional. Das ist ein großer Vorteil. Vielleicht mal einen Use Case. Ganz kurz, das bedeutet dann aber auch, dass bei IOTA vorausgesetzt wird, dass immer mehr Transaktionen, also das System wird besser, je mehr Transaktionen stattfinden. Ja, die Co-Founder von IOTA sind schon lange in der Blockchain-Szene, seit 2011, 2012 aktiv, die kannten natürlich auch das ganze System um Bitcoin und haben sich dann Gedanken darüber gemacht, okay, wir wollen uns aber nicht auf den ganzen Bankensektor konzentrieren, sondern wir wollen was schaffen, eine Plattform schaffen, ein Ecosystem schaffen für IOT-Anwendungen und da muss man einfach andere Wege gehen, es war nicht skalierbar, es kostet einfach Transaktionsgebühren, bei uns ist es nicht so, es kostet gar nichts, eine Transaktion zu bestätigen, wir haben nicht diesen klassischen Proof of Work, also das Validieren von Minern, das haben wir gar nicht, sondern wir haben ein anderes System, aber auch einen kleinen Proof of Work dabei und wir konzentrieren uns auf ganz andere Anwendungen, wie wir nachher, also ich kann nochmal den Platooning-Effekt dann nachher erzählen, da gehen wir noch drauf ein. Da können wir direkt, die Folie ist schon im Hintergrund, damit schließen wir nämlich gekonnt den Bogen, Masterplan, Telematik-Talk geht auf. Das Platooning, wir sind auf die Treibstoffversparnis, die sollten Sie sich merken und das ist auch dieses Use-Case, was Sie ansprechen wollen. Ja, genau, also um auch nochmal zu sagen, natürlich durch den ganzen Platooning-Effekt haben wir natürlich wirklich eine höhere Sicherheit unter den ganzen Lkw-Fahrern auf der Straße, das heißt, wenn man wirklich am Platoon teilnimmt und dann einen bestimmten Abstand fährt und dann wird es immer einen Start und einen Endpunkt geben, wo dann das tatsächlich funktioniert und wie ist das Ganze, also der erste Lkw, der vorne fährt, verbraucht natürlich am meisten Sprit und dann haben wir aerodynamische Komponenten, ja genau und die Lkw, die dahinter fahren, verbrauchen natürlich viel, viel weniger, das kann man prozentual ja auch ausrechnen und was dahinter steckt, was machen wir damit? Also ja, dann fahren die da und dann fahren die meinetwegen autonom, dann haben sie angekoppelt, ja und jetzt, also was haben sie davon und was wir als Idee haben und natürlich auch andere, die sagen, ja da kann man auch ein Geschäftsmodell dahinter setzen, warum kann ich nicht jemanden inzentivieren, dadurch, dass er sich an den Platoon beteiligt und ankoppelt, wir können doch das so machen, dass wir sozusagen die Kosten teilen und das sind natürlich, ist ein leichter Case erstmal, das kann man natürlich noch viel, viel höher spinnen, man könnte auch andere Services dahinter setzen, aber sie brauchen natürlich bei diesem Effekt auch einen technischen Layer, also ein Protokoll, sie müssen ja irgendwie es schaffen, ja jetzt hat der zweite und der dritte, muss ja dem anderen irgendwie was dafür geben, dass er was gespart hat, ja und wie rechnen sie das ab, also brauchen sie ein System, dass diese Transaktion natürlich auch schnell, also sekunden- oder minutengerecht abrechnen kann, sodass er sozusagen auch was davon hat und meine Idee oder ich finde es immer, also ich stehe ja für ein Truck Wallet, auch wie für einen Car Wallet, das macht an der Stelle tatsächlich Sinn, dass man eben, dass der Fahrer sieht, okay, Platooning gemacht und ich spare jetzt so und so viel und kann das meinetwegen andere Services oder ich habe eine Promo und kann irgendwo umsonst meinetwegen tanken oder aufladen oder was auch immer, aber es braucht tatsächlich eine Technologie, die hinter steckt, das zu gewährleisten, das eben so bezahlt werden kann und auch nochmal ein wichtiger Punkt ist auch die Sicherheit, also dass man natürlich die Sicherheit der Transaktion, die Sicherheit der Fahrer und die Sicherheit der Datenanalyse und auch, dass sie Daten ja übertragen. Herr Scheel, Sie hatten ursprünglich schon das Platooning angesprochen mit, ist das ein Prinzip, was für Sie aufgeht, was für Sie interessant ist tatsächlich für das Modell? Ja, klar, denn die Frage, wie sind die ökonomischen Anreize dafür, solche Modelle zur Effizienzsteigerung zu nutzen, muss natürlich geklärt sein und die Abrechnung in Platoons, die nicht nur von Fahrzeugen einer Firma, meint wegen einer Spedition oder so kommen, muss ja irgendwie funktionieren, da kann man sagen, entweder es wird über eine Plattformlösung erfolgen oder es wird dezentral über die Blockchain erfolgen und da spricht natürlich viel dafür, schwierige Diskussion, Plattformökonomie will ich jetzt nicht im Einzelnen darauf eingehen, da dezentral über Blockchain-Technologien so zu arbeiten, dass auch gerade kleine mittelständischen Spediteuren möglich wird, sich hier im wahrsten Sinne des Wortes einzuklinken, mitzumachen und dann für einen ökonomischen Ausgleich zu sorgen, der Vorteile, die das Platoon-Fahren hat, sowohl im Hintergrund der Kraftstoffersparnis, aber natürlich auch im Hinblick auf die Transporteffizienz und im Hinblick auf die Effizienz der Einsatz des Fahrers, da gibt es ein Angebot und Nachfrage und da werden sich die Preise schon rausbilden. Jetzt haben wir den Kreis geschlossen, wie Sie merken, ich habe schon mitbekommen, wir haben ein bisschen die Zeit überschritten, aber wir haben auch etwas später angefangen, in sofern kümmert mich das gar nichts. Ich möchte nämlich noch eine Frage hier in der Runde an Sie stellen und damit gehen wir wieder zurück zur künstlichen Intelligenz. Wenn man überlegt, eine künstliche Intelligenz, die können jetzt einfach mal, sie denken sich ein Anwendungsszenario aus und es gibt eine künstliche Intelligenz, die das realisieren könnte, einfach mal davon ausgegangen. Vielleicht auch im ganz privaten Bereich, wo könnten Sie sowas gebrauchen, Herr Scheele? Also mein Traum wäre eine KI-gestützte Kalendergestaltung, die es mir erlaubt, Termine aller Art so unter einen Hut zu bekommen, dass ich möglichst effizient von meiner Zeit Gebrauch machen kann. Okay, Herr Lindner? Ich könnte mir gut vorstellen, dass mir Siri morgens sagt, weil das Wetter so und so ist, ziehst du dir den Anzug an und die Jacke dazu und das Paar Schuhe, dass ich nicht mehr selber suchen muss morgens und die sagt mir genau, wo ich was finde. Dauert das so lange bei Ihnen, das auszusuchen? Also ich sehe vielleicht blöd aus, aber es geht bei mir relativ schnell. Okay, vielleicht bräuchte ich auch so eine künstliche Intelligenz. Herr Dasheber? Ja, bei mir ist es ein bisschen schwieriger, weil wir programmieren ja solche Sachen und ich komme natürlich jeden Tag mit solchen Sachen zusammen und aber ich würde mir persönlich wirklich einen personalisierten Chatbot wünschen, der mir für mich zuständig ist und den ich fragen kann, was ich will und ich kriege da irgendwo eine Antwort und ich rede nicht über Watson, ich rede nicht über Siri, weil das natürlich immer produktbezogen ist. Ich denke wirklich an jemanden, der mir hilft, mich im Leben weiterzubringen, ob das jetzt ist, dass ich ihm mal frage, sag mal, die nächste Bushaltestelle, die um die Ecke ist oder sag mal, wo das nächste Kino ist, dass solche Informationen gleich da sind, aber auf mich zugeschnitten und das wäre schon eine tolle Geschichte, sowas Spezielles zu haben, so eine Art Assistenz. Okay, Frau Hertel? Ja, das ist ein bisschen schwierig, also wie gesagt, ich brenne für so ein Car-Wallet, aber wenn ich mir was, also ich finde es bedenklich, wie viele Leute im Straßenverkehr doch ihre Smartphones verwenden, um nochmal irgendwie einen kurzen Text zu schreiben oder irgendwas anderes damit zu machen und mein Wunsch wäre, das so ins Fahrzeug zu integrieren und wenn man schon autonom fährt, vielleicht kann man sich ja da eine Lösung übernehmen, überlegen, dass man dann, wenn das Auto autonom fährt, dann kann man auch gerne wieder sein Handy benutzen oder eben was anderes. Ich persönlich und das Schöne ist, mir wurde gesagt von unserer lieben Chefjurorin, der Frau Wilkes, sie hat etwas ähnliches, ein ähnliches Konzept auf der IFA schon erblicken können, Herr der Silber, sie haben auch gesagt, ja sowas könnten wir oder sowas würden wir umsetzen. Ich möchte einen Assistenten fürs Einkaufen und zwar so einen Lebensassistenten fürs Einkaufen, der mitkriegt, ob ich zugenommen habe, was der Fall ist, der mir in der Umgebung sagt, okay, wo kriege ich gesundes Zeugs gerade günstig zu kaufen, der analysiert, was esse ich, was schmeckt mir und mir dann einfach meine Einkaufslisten zusammenstellt und ich nur noch auf die Maschine hören würde und total tiptop fit aussehen. Damit sind wir... Sie werden zehn Handys brauchen im Jahr, weil sie neun wieder gegen die Wand werfen. Oder aus, wenn sie noch ausgegessen habe. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie hier in der Gesprächsrunde dabei waren. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit, auch bei denen, die jetzt zuschauen, paar Tage oder Wochen später. Die ganze Veranstaltung ist nämlich natürlich auch auf telematikmarkt.de, sobald wir es bearbeitet haben, verarbeitet haben, ein bisschen aufbereitet haben, verfügbar. Vielen Dank. Vielen Dank.